Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Brittany, Britta Maria von der Fähre Holyhead Richtung Damien. Es ist zwar ein bisschen nebelig nach einem gestrigen wunderschönen sonnigen Tag, aber dieses Land hat einfach totales Flair und ich freue mich so riesig. Und die Seeluft, es ist einfach alles mega toll. Schaut selbst. Ja, es wird bei mir jetzt so sein, wir werden dreieinhalb Stunden ungefähr mit der Fähre nach Damien fahren. Als wir in Damien reingekommen haben wir dann noch ein bisschen wunderbare Fahrzeit durch ein richtig geiles Land. Und Irland ist einfach sagenumwoben und wunder, wunderschön. Ja, ich freue mich einfach, euch ganz bald mehr zu richten, auf das ihr so richtig Lust habt, im September mit mir zusammen und meiner wunderbaren Gastdozentin Angelika Petri Götzen nach Irland zu fahren und euch so richtig energetisch aufzuladen. Ja, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag und wir hören bis morgen. Tschüss!